hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge mario odyssey und wenn ihr die letzte folge bei balui verpasst habt dann habt ihr was verpasst die fand nämlich witzig wir sind nämlich ungefähr 300 mal gestorben du hast doch gleich die nächste tolle ich bin ein feuer ich gehe nicht durch türen ich bin ein feuerdelfin nein die auch gleich eine falsche richtung auf zur tür ich musste auch gerade eine furchtbare tür machen die haben wir zusammen gemacht aber ich habe sie geschafft was denkt sich der gute erden einfach gut dass das keine solche ist da hinten ist ein käse mit dem namen mit dem springen die welt ist echt wissen ich will echt wissen ob ob ich ob ich das geld das ich für dieses spiel ausgegeben habe wirklich ausnutzen oder einfach schon abbrechen will jetzt drehen wir um 180 grad noch irgendwas ist die möglichkeit hinzugehen ist das putzig findest du nicht auch nein da links geht es hoch rechts meine ich nach da oben nicht dass da oben ein mond ist ein mond da oben weißt du was das beste ist kannst du so eine tomate nehmen du musst jetzt in das zeug rein unglaublich ach du meine güte ich wusste nicht dass das geht sehr witzig haben wir wieder was gelernt aber guck mal da der parkour ist ja nicht schön wir haben alle monde wir können einfach die welt verlassen ja wir gehen jetzt einfach nein warum stopp da hinten ist ein neues ich werde gerade schon fast gestorben okay ja ich muss erst die kamera das werde ich würde einfach ganz vorsichtig und langsam weil das leben so schön jetzt hör auf du irritiert mich moment ich darf nicht die mütze spielen wenn ich die mutze spiele sind wir alle ganz ruhig darf ich da hinten die sondermobboms holen wenn wir da sind sind wir schon da kommt zeit kommt rad super monkey ball lässt grüßen würde ich sagen hol die münzen okay komm wieder zurück nein wir werden schon fast gestorben wieso die münzen hol die münzen okay habe ich blub blub ein miri blub blub man kann übrigens sprinten etwas das ich jetzt nicht einsetzen werde ich möchte mich hier mit an nintendo wenden ich denke ich hasse euch bitte fack versuch nummer zwei okay diesmal sprinten wir da durch dass man immer wieder von vorne anfangen muss in diese scheiß leveln so haben wir das auch im wechsel machen immerhin können wir die mütze mit nutzen die bringt noch nicht was tust du mit mir was hast du mit mir getan ich hab glaube ich nicht vordergewackelt hui hui sag mal was du warum ist diese welt so scheiße schwer meinst du wohl nein scheiße ja du kannst von hier jetzt darüber springen nein 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 da kann ich überspringen das war knapp das war gekonnt knapp oh ist das mies ach das ist mies nein bist du dir ganz sicher dass ich nicht gestorben bin das war witzig hier das ist ja eine aufgabe als mütze in diesem level ja ich war schon sehr nützlich jetzt bisher wir haben gesagt wir die mütze darf nichts machen außer zukunft die mütze tut nichts was müssen wir für scheiß level machen das war in den anderen welchen so viel schöner warum ist die jetzt so assi du könntest ja gerade ausspringen dann würdest du abkürzen ja immerhin es hat funktionieren den sprung habe ich nicht verkackt der sprung war gut gib mir eine flamme danke mütze das sieht eher aus wie ein magma slime wie in minecraft ja stimmt Sieht süß aus. Mit den großen schwarzen Augen. Großen Schwung. Willst du auch abkürzen? Nee, nicht so wie du. Aber wieso? Ich kürze anders ab. Ich mache den Sprung hier wieder. Der ist schon eine massive Abkürzung. Okay, okay, okay. Jetzt ganz geschmeidig. Erst wenn es zurückkommt. Ja, ich weiß. Warum ist das so schnell? Es ist einfach, du musst im Prinzip, bevor es losfährt, dieser Magmar-Ball, der fliegt einfach 100 Jahre lang. Viel Spaß. Dankeschön. Ich bin ein Magmar-Delfin. Ich bin ein Delfin. Ich bin eine Mütze. Ich wollte nur zeigen, dass ich eine Mütze bin. Das war sehr gut, Miri. Man braucht anscheinend gar nicht auf das Scheiß-Ding warten. Willst du nicht abkürzen? Nein, Miri will nicht abkürzen. Das rutscht immer so nach am Ende. Ja, ne? Das ist wie auf Eis fast. Nicht ganz so schlimm. Ich bin die Mütze. Ich bin die Mütze. Oh, ich wollte gerade seinen Sprichhaufen weiter. Scheiß auf die Münzen holen. Ihr nehmt einfach die Mütze. Oh, Glückwunsch. Jeder hat in seiner Offen haben wir das Level für sich geschafft. Ja, würdest du bitte die Münzen holen? Auf nimmer, nimmer Wiedersehen. Okay, du darfst da rechts hoch. Hey, das muss ich jetzt nicht verstehen. Aber ich dachte, du holst mir die Gabe. Du musst da jetzt den Pfeff-Handentypen holen und da hinten hingehen, ne? Ja, hol den doch. Geht nicht von da unten oben. Du musst da erstmal auf seine Höhe. Das war nicht die richtige Höhe. Falls du es nicht gemerkt hast. Bist du dir das Ganze hier? Das war eine Höhe zu tief. Bist du dir da ganz sicher, möchte ich wiederholen. Ich glaube, es kommt jetzt gleich. Das war ganz knapp. So, hebt da hinten hin. Ich sag auch gar nichts mehr. Da hol ihn. Ich glaube, du hast ihn nicht geholt. Ich glaube, ich sehe ihn nicht. Aber ich habe ihn noch getroffen. Andere Richtung. Ich weiß, ich muss doch da erstmal hoch. Wo muss ich hin? Ach, du willst so, darunter musst du. Oder kommt man auch aus noch rum. Vielleicht kommt man ja auch aus noch. Was ist da oben? Da hinten bist du? Also, nee, ich komme da nicht hoch. Aber da ist Käse. Da ist ein Katzen-Mario. Beach. Ja, richtig. Wenn da jetzt kein Mond drin ist, dann muss jemand sterben. Was zum Henker ist das? Was ist das? Was ist das? Das muss man irgendwo hinwerfen. Aber wofür? Das sind bestimmt die Dinger, die du irgendwo einplanst. Ach, keine Ahnung. Ich würde das nicht in dem Typen drin machen. Äh, me. Skill, Jiri. Okay. Da hinten muss es einpflanzen. Aber erstmal sterben wir. Du hast mich irritiert, fies. Ich wollte dir nur zeigen, was ging kommen. Das war so gemein. Ist das noch ausge... Oh, like on me. Was ist denn mit diesem Spiel, dass ich das... Ah, du musst da mit dem Jump-Heini dahin, weil... Willst du das wirklich machen? Wow. Okay. Okay. Ist eine Tomate. Ist eine Selbstmord-Tomate. Wo müssen wir überhaupt hin? Das war die Feuerwehr. Da haben wir doch schon. Ach, du hättest in die andere Richtung. Da den Berg hochlaufen müssen. Ach, da, wo du nicht... Wo du vorher nicht mit dem Jump-Heini hochkommst. Ja. Also willst du nicht die Pflanze einpacken? Nee, da geht es weiter da oben. Auch mit dem Ö-Typ. Links geht es vorbei. Springen. Warte, Mütze. Ah, da kannst du stampfen. Blup. Ach, toll. Geld. Hat sich ja fast gelohnt. So viel Geld, wie wir verloren haben in den letzten zwei Folgen. Nee, da kann ich nichts mehr. Du, natürlich. In deiner Folge haben wir mehr Geld verloren. Fies. Wirf ihn runter. Hab ich. So. Das war die Rache für alles. Für mein ganzes Leben. Das Pökel-Plateau. Was ist das jetzt? Ach, das ist Fleisch. Springen wir auch mal. Ich glaube, du musst auf das Salz dann links. Das Fleisch. Das hat ein Schnubbad. Das hat ein Bad. Das hat ein Bad. Oh nein. Wegen dem Vogel. Nein, Vogel. Vogel, nein. Oh, wie dämlich. Nein, Vogel. Nessa. Nein. Aufsache. Miri ist ein Stück Fleisch. Piss. Ich drücke sein L, würde ich bitte raus springen. Nein. Aber, Vogel, du musst das Stück Fleisch klein schneiden. Vogel, sei nicht dumm. Miri darf nochmal Jumpen runden. Oh, ich glaube, ich werde sehkrank. Ach, du Kacke. Immerhin dreht es sich nicht. Wie meinst du das jetzt? Ach, weiß ich auch nicht. Was soll das überhaupt sein? Möhren? Oder es ist ein Süßkartoffel. Oder es sieht aus wie Äpfel. Das war der einfach verdienteste Trippelmond, den wir je hatten. Diese Welt ist trotzdem der Horror. Ich möchte sie nicht nochmal spielen. Oh Mann, Mann, Mann. Topf auf dem Vulkan. Tauch ein. Ja, danke schön. Das haben wir. War toll. Er hat Spaß gemacht. Das ist das neueste Pokémon. Was macht er jetzt? Der schießt uns da runter. Nicht ausbrechen, Vulkan. Nein, ich... Ganz toll. Und was mit dem Essen? Und was mit Miri? Und du bist wieder weiter. Lass mich gerade, du landest bei deiner... Ach nein, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch den Magmafall hinauf. Wahnsinn. Bis hier geschleudert. Das ist mein Vulkan. Richtig schlechte Laune. Oh nein. Krass, der Vulkan flugt immer noch Lava. Lava. Oh, die Odyssee. Wir können einfach... Wir können einfach wegfliegen. Für immer und ewig. Die können uns doch alle gar nichts hier. Was abfaut. Wie kommt man denn da hin? Ich weiß auch nicht. Rette mich! Hab ich. Al... Nein. Viel Spaß! Da läuft eine Zeit. Wahrhaftig. Das ist ja nett vom Spiel. Aber... Geschafft. Im Walljump bist du nicht schlecht. Ja, Schlemmerland. Tic-Tac-Turnier. Tic-Tac-Turnier 1. Nichts 1. Da rechts war irgendwas. Richtig. Waren wir da schon? Ich habe keine Ahnung. Die Frage ist ja, kommen wir da wieder weg, wenn du da unten bist. Finden wir es halt raus. Oh, guck mal, da ist irgendwas. Geh mal in so ein Flämmchen. So. Da in die Kanone, wo Flammenfeuer draufstehen. Wuhu. Nein, fies. Wuhu. 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 Zurück. Hallo. Hallo. Oh, da ist ein Tunnel. Waren wir da nicht schon? Nein. Da waren wir sicher schon. Hä? Doch, ich habe keine Ahnung. Da werden sie noch zu, wenn wir nicht drin wären. Richtig. Hallo, tschüss. Da, hol sie. Oh. Und da ist die Münze, die Dings, die wir nicht gut haben. Wow. War das gut? Fast. Ich hole die Fahne. Ja. Aha. So. Okay. Wo mussten wir... Ah, nein. Ja, viel Spaß. Nein. Oh, fies. Guck mal auf und wir gucken uns das an. Na, ich hasse dich jetzt schon. Oh, das klingt so gut aus. Das sieht gar nicht so schlimm aus. Das kann ich auch machen. Blblblblblbl. Oh. Oh, nein. Das ist was für dich. Das ist deine Aufgabe. Mütze. Sei nicht dumm. 50-50 Chance. Welche ist besser? Ach, du... Warte, warte kurz. Komme ich da irgendwie hoch? Die rechte. Ja, ja. Gut, daneben nicht. Es wollte da nicht hin. Aha, und jetzt? Ach, du kacke. Das war gut. Dreh mal bitte. Da ist irgendwas auf der anderen Seite. Glückwunsch. Wie schön für die andere Seite. Per Gabel zum Gipfel. Das war sehr krass. Da müssen wir noch hin. Wie habe ich es geschafft, hier draufzustellen? Ich habe keine Ahnung, aber sag mir mal lieber, wie wir da rüberkommen sollen. Kann man die Gabel so stark drehen? Hoffen wir es mal. Oh, cool. Ja, das funktioniert. Ich bin sehr stolz auf dich. Und... Das ist gut. Mond Nummer 2. Abstecher per Gabel. Abstecher, wenn man jemanden findet. Ich bin nicht leid gestorben. Ich schieße dich einfach. Ach, du Scheiße. Du schaffst das schon. Ja. Das war ungefähr die Richtung, wo es nicht hin sollte. Hahaha. Wir haben es einfach drauf. Uhuhu. Skill. Wuhu. Okay, geschafft. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, wenden wir hier die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, schaltet morgen bei Balui vorbei. Und ansonsten macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und bleibt schön feurig. Tschüss. Hier im wahrsten Sinne des Wortes. Musik